Der erste Grund zum Mitglied sein Den fünften Grund sag ich dir gleich Gemeinsam sind wir einflussreich Der sechste heißt im Netzwerk sein So wurscht du nicht mehr allein Der erste Grund ist ohne Frag Was du erlebst am Heimattag Sag ja, steig ein Willkommen im Verein Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer Das war das Video der Kreisgruppe Wiel-Bielstein mit einigen Gründen, um Mitglied im Verband der Siebenbürger Sachsen zu sein oder noch zu werden Wir nominieren die Tanzgruppe Aschaffenburg und die Kreisgruppe Härten ebenfalls ein solches Video zu drehen Hierfür habt ihr drei Wochen Zeit Solltet ihr das nicht schaffen, müsstet ihr bei der nächsten Präsenzveranstaltung unserer Kreisgruppe Dienste an der Getränketheke sowie an der Essensausgabe übernehmen Solltet ihr an der Musik Untertitelung. BR 2018